Hi, ich bin der Murat Demir, der amtierende Mr. Universum in der Fitnessklasse. Wir sind hier in Cuxhaven bei der Norddeutschen Meisterschaft der ANAC. Und ich kann nicht mitmachen, ich bin verletzt, deswegen habe ich Olli gemietet. Hi Murat. Hi Olli. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Ah, das sind also die ganzen Pokale, die es heute zu gewinnen gibt. Welche muss ich holen? Ich denke mal diesen, ne? Was ist das für einer? Für den Gesamtsieg. Ah ja. Hallo. 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 Ich nehme dann ein Big Mac Menü und eine kleine Cola. Legt mir am Arsch, was für Luftpumpen. Mann, 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 Mann. Ich bin derjenige, der Backstage alles machen tut. Geil. Ja, freue mich schon auf Sie. Ich bin auch nachher natürlich, gell? Ja. Ja, das wäre beruhigt du uns nicht als Joe, gell? Alles klar. Joe Hodgson-Plotz. Okay. Alles klar, danke schön. Bitte. Ciao. Ciao. Ganz kurze Frage, weißt du, wo es hier noch irgendwo in der Nähe ein Solarium gibt, wo ich hin gehen kann? Komm auch nicht, ich hab von hier alle Bälle an. Achso. Und, wie läuft die Strahlentherapie? Nein, oder wie? Siehst du? So, geht's jetzt gleich los? Ja. Okay. Was musst du jetzt noch machen? Ich muss mich noch einschmelden. Oh ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Hoffentlich liegt auch mein Körper nicht an Volumen. Okay. Tja, ich will euch nicht enttäuschen, aber es wird heute ganz schwer für euch zu bewirken. Kannst du das auch? Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte. Das ist ein bisschen wegen meines Silikons, kann ich sie nicht ganz so bewegen wie deine. Ich fang an, ne? Ja. Was denn? Ja, mit der Bräune. Wie mit der Bräune? Ja, so sollst du eingeschmiert werden. Ich dachte, du wolltest dir die Wand jetzt streichen. Ja, nee, dich. Du wirst ja wie die Wand. Komm her. Ich will ja nichts sagen, aber das könnte für meinen Körper ein bisschen zu dunkel wirken. So, mach mal die Arme hoch. Warte. Oh Mann, das geht seltsam. Vorsicht. Ich muss mich aufladen, damit die Arme schön kommen. Mach mal, vielleicht hinsch dir noch. Kannst du mal? Ja, ich kann. Na klar, ich kann dich füttern. Ist das Mon Cherie, das bringt einen nach vorne? Sind wir in derselben Kategorie? Nee, ich glaube nicht. Männer vier bin ich. Wofür sind hier eigentlich diese ganzen Sachen hier abgedeckt? Ja, damit die Creme nicht überall schmiert. Jetzt mach Liegestütze. Eins. Eins. 21. 22. 22. Wollte ich noch die Socken rausziehen. Ach so, ich vergesse. Ja, klar. Ach, meine Nummer gar nicht. Die Startnummer 92 trägt Darius Wanzig, Kitteschule Hermann aus Hamburg. Mit der Startnummer 95, Mario Schumerer, Fitmaster Berniger Ruder. Und last but not least, mit der Startnummer 96, Big Ben Kocher. Und last but not least, mit der Startnummer 96, Big Ben Kocher. Nichts, mit dem Algen Allah, viel 레�. but she ist ja strig, Er ist daschschule und sie ist ja strig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020